Du hast den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und der Titel der heutigen Folge heißt Verliere nicht den Fokus, nur weil du jetzt im Game bist. Ich wurde inspiriert zu dieser Podcast-Folge von Christina, also herzliche Grüße an dich Christina, vielen Dank dafür. Und wir werden heute über ein Problem sprechen, wenn du zu viel Begeisterung und Motivation hast, weil du jetzt verstanden hast, wie Technologie und Prozesse im 21. Jahrhundert dein Business voll nach vorne pushen können. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann klären wir das auf. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Was ich immer wieder in meinen Mentorings merke oder feststelle, es kommt irgendwann an einen Punkt, wo meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen verstanden haben, was sie jetzt für Technologie in die Hand bekommen haben. Was ich ihnen für Prozesse in die Hand gegeben habe, was für Systeme sie auf einmal verwenden können, um ihr Business digital abzubilden, aber auch digital zu skalieren oder Kosten einzusparen oder Prozesse effizienter zu machen oder Umsätze zu steigern. Und diese Euphorie führt dazu, dass ihr, und das erinnert mich so an meine kleine Tochter, total genial. Du sagst, hey, wir pflanzen heute eine Tomatenpflanze ein und du zeigst dir, wie das Ganze geht. Und dann war es das aber nicht mit dieser Tomatenpflanze, sondern dann muss da auch noch Paprika gepflanzt werden und noch ein Salatkopf und Gurke und was auch immer noch der Papa so in seiner Gartenkiste hat. Und genau so funktioniert das bei uns Erwachsene natürlich auch, wenn wir begeistert sind, wenn wir euphorisch sind, wenn wir motiviert sind, Vollgas geben können, weil wir jetzt verstanden haben, wie das Ganze funktioniert. Naja, dann wollen wir ja nicht nur das ursprünglich in einem Briefing formulierte umsetzen, sondern wir wollen mehr. Und mein Appell heute ist, versuche den Fokus zu halten für dein ursprüngliches Briefing. Lass uns das konkret mal skizzieren. Stell dir vor, du hast gesagt, du möchtest in den digitalen Markt oder du möchtest ein digitales Geschäftsmodell aufbauen oder einen digitalen Prozess, völlig egal, und du entwickelst erstmal ein Briefing. Im Briefing steht dann so sinngemäß drin, das ist so mein Bedarf, hier sind vielleicht meine Engpässe, das sind die Needs, die ich vielleicht brauche, das sind die Sachen, die ich mitbringen kann und so weiter und so fort. Und so ergibt sich ein Konzeptpapier, aus dem hervorgeht, was kann ich jetzt schon, was brauche ich und was sind vielleicht meine Schwierigkeiten, was sind meine Stolpersteine, wo sind die Barrieren, über die ich alleine vielleicht nicht rüberkomme. Dann hole ich mir einen Mentor oder einen Berater oder wen auch immer und dann gehe ich dieses Thema an. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem ich verstehe, dass die Technologie, die mir gegeben wird, die neuen Prozesse, die implementiert wurden, mich dazu befähigen, es selber zu tun. Und das ist genau dieser Moment, in dem viele sagen, wow, ich hatte ursprünglich einen Prozess entwickeln wollen, der meine Kosten reduziert. Jetzt könnte ich ja denselben Prozess verwenden, um dann noch fünf andere Probleme zu lösen, die ich in meinem Unternehmen habe. Ohne, und das ist das Wichtige, ohne den ursprünglichen im Briefing formulierten Prozess der Kosten, der effizienten Kostenreduktion meinetwegen umgesetzt zu haben. Das heißt, wir setzen nicht um. Das, was passiert ist, entstehen so viele Ideen, dass ich mich verliere in den Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts, der neuen digitalen Welt. Schönes Beispiel ist immer, wir entwickeln ein Geschäftsmodell, dann ist das so einigermaßen klar. Meine Klienten verstehen, ah, so funktioniert das, so muss ich das machen. Und dann sind die eigentlich schon auf dem nächsten Level und sagen, wow, ich habe das zweite und dritte und vierte Geschäftsmodell schon entwickelt. Können wir das vielleicht parallel machen? Das, was an diesem Punkt wirklich wichtig ist zu verstehen, um auch zu durchdringen, wie die Umsetzung und letztendlich natürlich auch, wie der Erfolg zustande kommt, ist zu reduzieren. Konzentriere dich in dem Moment wirklich auf das Wesentliche. Nimm deine Ideen und parke diese Ideen oder kanalisiere diese Ideen in eine Roadmap. Schönes Beispiel, wenn du eine Software entwickelst, dann entwickelst du eine erste Entwicklungsstufe, nenne ich das immer. So, und während dieser ersten Entwicklungsstufe wirst du merken, dein Team ist voller Begeisterung für diese Software. Man kann es überhaupt nicht mehr erwarten, also volle Motivation, dass das Ding endlich live geht, an den Start geht, dass die Welt davon erfährt, was wir da über Monate entwickelt haben. Und während dieser Zeit entstehen ganz viele neue Ideen. Und es ist unglaublich, wie stark dieser Sog, diese Verführung ist, noch ein Modul zu entwickeln und noch eine Funktionalität da reinzubringen. Und auf einmal ist das Ding schon während der Hälfte der Projektzeit so unermesslich groß geworden und natürlich gleichzeitig auch zu komplex, weil du musst das ja irgendwie layouten, du musst das texten, du musst das irgendwie in irgendwelchen Wireframes umbauen, die Entwickler müssen da ihren Senf dazugeben und so weiter und so fort. Du musst Pflichtenheft, Lastenheft schreiben und so weiter. Also hochkomplexes Thema und die große Problematik ist, wieder da zurückzukommen und zu sagen, oh nee, das zweite und dritte Modul war eigentlich nicht der Deal. Das war eigentlich nicht im Ursprungsbriefing. Ich packe das auf meinen Roadmap, aber ich mache in der ersten Entwicklungsstufe das erste Modul so megamäßig stark und gebe mir so viel Mühe in den Details, die dann natürlich der Nutzer viel stärker wahrnehmen kann, dass ich dann sage, okay, zweite Entwicklungsstufe und dann habe ich meine Roadmap. Also kanalisiere die Ideen, die du hast, die Geschäftsmodelle, die dir einfallen, die Funktionalitäten, die Prozesse oder was auch immer. Kanalisiere das, nimm dir ein Tool wie Asana oder Trello oder was auch immer, irgend so ein Board und sammle das. Ich habe so eine Spalte und da sammle ich das alles. Also jede einzelne Aufgabe ist eine Idee, ist eine Funktionalität, die irgendwann mal im Team besprochen wurde und wir alle gesagt haben, oh, wenn das gehen würde, mega geil. Da steht zum Beispiel bei mir in einem Projekt Speicherung der Gesundheitsdaten in der Blockchain. Das ist bei mir so ein ganz wichtiger Fokus. Aber er ist jetzt noch nicht dran, auch wenn ich voller Euphorie bin, mich da dran zu setzen und zu sagen, wow, ich will das unbedingt machen. Es ist jetzt noch nicht dran. Die Zeit ist noch nicht reif dafür. Das Problem ist nämlich, wenn wir uns verzetteln, wenn wir also nicht den Fokus behalten können, ihn verlieren in der Vielzahl an Möglichkeiten, die sich jetzt eröffnen. Das ist wie so Alice im Wunderland, wenn die so, wow, das neue Land sieht. Unglaublich, was da alles abgeht. Und ihr werdet es merken und werdet euch kaum bremsen können. Ihr müsst es aber tun, damit dieses erste Briefing, dieser erste Step wirklich bis zum Ende gemacht wird. Was ist die Folge, wenn ihr das nicht tut? Ihr werdet frustriert sein. Alle im Team werden frustriert sein, weil es gibt kein Erfolgserlebnis. Ihr hört ja mittendrin einfach auf und geht auf ein anderes Thema. Oder erweitert das Projekt noch um Projektbaustein B und C und D. Es kommt aber zu keinem Ende. Ihr seid nicht mehr ergebnisorientiert unterwegs. Ihr habt kein klares Ziel mehr vor Augen. Ihr treibt quasi auf dem Ozean und seht eine schöne Insel nach der anderen und versucht dort anzulanden. Kommt dort aber nie an, weil ihr ja ständig eine neue Insel seht. Ihr müsst aber schauen, dass ihr den anderen Hafen auch erreicht, damit sich eure Mannschaft auftanken kann. Damit ihr die Bordverpflegung an Bord hieven könnt. Damit eure Mannschaft versorgt ist. Es ist super wichtig, Erfolgserlebnisse zu haben. Und die könnt ihr und dürft ihr euch nicht nehmen, nur weil ihr in der Euphorie seid und die Potenziale und Möglichkeiten erkennt. Deswegen zurück zum Briefing, zurück zum Fokus, Konzentration, Reduktion auf das Wesentliche. Und ich weiß, es gibt einen, es gibt so einen ganz fiesen Moment in solchen Projekten, wenn du merkst, oh krass, wie viele Möglichkeiten und dann gehst du zurück. Wow. Und dann ist das so eine Art Vollbremsung, die man da spürt. Du spürst einfach, dass du wieder zurück musst zu diesem einen Modul, was du schon kennst, tausendmal durchgekaut hast. Die Layouts kennst du alle schon, alles nichts mehr Neues. Man muss es halt jetzt machen, man muss es halt jetzt umsetzen. Das ist langweilig, aber es ist absolut ein Novum für alle da draußen, für deine Kunden, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Und das musst du dir immer wieder bewusst machen, dass du jetzt sagst, so und jetzt super effizient dieses erste Modul fertigstellen. Mit dem Wissen, dass du ja deine Roadmap noch hast, dass du ja sagen kannst, okay, dann gehe ich in den Markteintritt und dann packe ich die ganzen Sachen raus. Dann kann ich ja Step-by-Step die Updates in den Markt tragen oder neue Produkte entwickeln oder neue Geschäftsmodelle anbieten, was auch immer. Es ist ja alles da. Und das Tolle ist, die Ideen gehen ja nicht aus, weil du hast ja schon vorgearbeitet. Du hast ja die Roadmap parallel dazu geführt, ja, zur ersten Entwicklungsstufe und kannst jetzt auf diese einzelnen Bausteine eingehen und kannst auch nochmal reflektieren, ist es heute immer noch aktuell, was du damals geil fand. Okay, also alles dokumentieren, Roadmap, Notizen machen, Geschäftsmodelle aufschreiben, schreib es dir wirklich auf, tu dir den Gefallen, du merkst es dir nicht. Ich falle manchmal so ein bisschen darauf rein, dass ich mir sage, ich bin so begeistert, ich werde das nicht vergessen. Ich brauche mir das nicht aufschreiben. Das ist so genial, das werde ich in 100 Jahren auch wissen. Du weißt es nicht, ich verspreche es dir, du erinnerst dich nicht. Also aufschreiben, Roadmap führen, Tools verwenden wie Trello oder auch Evernote, Asana benutze ich zum Beispiel, dass das irgendwie so dicht bei dir ist und dass du auf jeden Fall drauf schaust, wenn du sagst, okay, Entwicklungsstufe 1 ist fertig, wir gehen in den Markt und dann schließen sich dann die darauffolgenden Monate an. Wenn dich das Thema interessiert, wir besprechen solche und ähnliche Themen immer wieder bei uns im Lions Circle, also schau gerne mal bei jeansalliance.com vorbei und guck mal, was wir da so alles machen. Wir haben das auf der Seite so ein bisschen beschrieben und dann lass uns einfach telefonieren. Wir gucken, ob dieser Club was für dich ist, weil uns ist natürlich auch wichtig, dass wir so selektiv wie möglich vorgehen und dass die Leute auch zueinander passen und dann besprechen wir genau solche Themen. Also nochmal herzlichen Dank an dich, Christina, für deine Inspiration zu dieser Podcast-Folge und wenn du Lust hast, hier mal irgendeinen Impuls zu geben, gerne auch als Audiodatei, dann schick mir den gern per WhatsApp oder per Telegram, welchem Weg auch immer. Es erreicht mich und dann hörst du dich hier in der Podcast-Folge und ich antworte auf diese Frage oder ich reagiere auf deine Anregung. Sehr, sehr cool. Also in diesem Sinne, ich bin raus, nur das Beste für dich. Bis bald. Ciao. Bis bald.